Hallo und herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von SKYWARDS und wir sind mit für immer mit dem max dabei hallo nicht hallo noch tschüss ok was essen ist auch gut gut ist geil was was machen wir hier es geht los äh wieso bekomme ich Sachen hast du keine Rüstung doch habe ich jetzt wieder an und wir wollen die ist hier oben soll noch mal noch hier oben auch noch ein bisschen nur wie jetzt weiß ich muss kommen wir gehen zu denen ich wollte Diamant lösen und kam alles auf Diamant komme äh hinter dir jetzt jemand hier okay die Bauten hoch warum auch Lola komm noch mal lol lol ich bin tot lol ich bin 9 wo nein ich bin auch tot boah ich hab gedacht doch wenn bist du tot dann bin ich tot oder was was toll das war sehr schnelle einfach ach du scheiße allein gegen zwei ich konnte nicht gegen die äh dir helfen weil ich war du bist hoch gebaut und ich musste mich an den Weg musst du mich einstellen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin sie die sieht Entschuldigung.